Let's do this! Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy heavy monster sound! Es ist schon ein Video her, das wir letztes Mal euer Update geschickt haben. Und viele von euch haben gefragt, wo wir waren. Und wir haben uns entschlossen, mal das euch zu erzählen. Und zwar... Wir waren in der Ferie. Nein, weit weg davon. Also, wir haben gar keine Ferie gemacht. Ihr könnt euch sicher noch an die alte App erinnern. Wir konnten einen Auftrag inserieren. Und ein paar Corkers haben sich gemeldet. Und wir konnten einen auswählen. Es hat funktioniert, aber nur so halb. Und die Kunden waren nicht wirklich zufrieden mit den Dienstleistungen. Und die Corkers hatten keine Motivation. Deswegen sind wir mit unseren Kunden und Corkers zusammengehocht. Und haben geschaut, wie wir das gemeinsam verbessern könnten. Und wir haben etwas bemerkt. Und zwar, dass die besten Kunden, wie auch die Corkers, diejenigen waren, die leidenschaftlich sind. Die Leidenschaften haben. Und die auch auf Cork anbieten möchten. Oder auch buchen. Deswegen haben wir uns entschieden, nur noch auf Leidenschaften zu fokussieren. Denn egal, ob man keine Erfahrung hat. Oder die Umstände nicht optimal. Wenn man auch etwas im Leidenschaftlich dahinter ist, wird man es immer am besten machen. Wir zum Beispiel. Wir haben keine Erfahrung. Wir haben weder ein Diplom, noch viel Geld. Aber was wir haben, ist eine Leidenschaft für Cork. Und deswegen bauen wir es immer weiter. Und wir haben es immer verbessert. Wir sind sofort an der Arbeit. Wir haben wochenlang wirklich die Nacht durchgearbeitet. Und schlussendlich eine neue Version rausgelassen. Und wo wir es rausgelassen haben, haben sich Dutzende von Menschen mit einer wunderschönen Leidenschaft angemuldet. Zum Beispiel Luisa. Sie hat eine Leidenschaft für Singen und digitales Design. Seit sie klein ist, singt sie oder beschäftigt sich mit digitalem Design. Und weil das ihre Leidenschaft ist, kann sie das auch am besten machen. Wir haben Fitnesscoaches. Wir haben Tennislehrer. Wir haben Leute, die gerne kochen. Also gerne kochen. Wir haben Leute, die Skifahren. Wir haben Leute, die gerne Fotografien. Wir haben alle Arten von Leidenschaft. Die neue App könnt ihr in Abstra abladen, unter Cork. Und wenn du auch genügend leidenschaftlich bist, also für Cork, dann lass sie runter und tritt unserer Community von Leidenschaft dabei. Ich muss weiter.